Dann gebe ich gerne weiter an Katalin Hartwig für die weitere Moderation. Vielen Dank, Claudia. Genau, ganz kurz zum Ablauf. Wir werden zunächst mit den Impulsen beginnen. Xenia Erzkova startet und danach Werner Hülsmann. Nach jedem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, inhaltliche Fragen zu dem Vortrag zu stellen. Am Ende der beiden Vorträge werden wir auch noch mal den Raum für Diskussionen öffnen. Wir werden das heute in drei Breakout-Räumen machen, um eben wirklich auch noch mal in den Austausch zu kommen und danach kurz im Plenum einzelne Eindrücke sammeln. Ich gehe gleich über und zwar starten wir mit dem ersten Impuls. Für unseren ersten Impuls begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Xenia Gatzkova. Entschuldigung, die ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung tätig und sie begleitet die IABIP-Räder-Bampf-Sylp-Befragung. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Genau, und stellt uns heute die wichtigsten Ergebnisse vor. Erste Ergebnisse wurden Ende letzten Jahres veröffentlicht und jetzt auch schon die erste Welle dann, ich meine, im Februar, aber da kannst du, können Sie gleich mehr dazu sagen. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse und auch insbesondere den Blick auf die Ergebnisse, die vielleicht gar nicht so zu erwarten waren. Übergebe aber jetzt das Wort an dich, Xenia. Danke. Danke schön, vielen Dank für die Einladung. Ich werde jetzt mein Bildschirm freigeben. Also ja, ich freue mich sehr, an diesem Fachaustausch teilzunehmen und möchte gerne die Studielebende in Deutschland präsentieren. Also das ist eine wirklich sehr große Studie. Es geht nicht nur um die Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern die Flüchtlinge aus der Ukraine werden im Rahmen einer größeren Studie befragt. Und vielleicht zuerst ein bisschen zum Hintergrund der Studie. Das sind die Daten, die zeigen, so einfach Statistiken, zur Asylanträgeanzahl in Deutschland über Jahre. Und man sieht, dass Deutschland ein Zuwanderungsland geworden ist und sehr viele Leute nach Deutschland kommen. Unter anderem die Leute, die Asyl suchen. Und es gibt viele Menschen in den letzten Jahren, die nach Deutschland gekommen sind. Also hier sieht man in der Grafik, dass ungefähr 2015, 2016 eine sehr große Welle von Asylsuchenden nach Deutschland gekommen sind. Und das war diese Welle von syrischen und Migranten aus anderen Ländern. Und in 2022, als der Krieg in der Ukraine begonnen ist, gab es eine zweite große Welle. Also über ein Million Menschen sind aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Die sieht man hier aber gar nicht, weil sie wurden nicht gefragt, die Asylanträge zu stellen, sondern sie wurden von Anfang an in anderen Rahmenbedingungen gestellt. Und insgesamt sind jetzt in Grundsicherungssystemen nach dem Sozialgesetzbuch II integriert. Immerhin hat man verstanden, dass die Informationen fehlen über die Menschen, die Schutz in Deutschland suchen. Und man braucht wirklich solche verlässlichen Informationen. Und so wurde 2016 diese Studie initiiert. Ziel der Studie ist, aussagekräftige Informationen zu leben, Situationen von den Menschen, die nach Deutschland kommen, als Flüchtlinge zu sammeln und insgesamt zu verlässlichen Informationen zu haben, um richtig gute Politikberatung leisten zu können. Also es geht um eine große Umfrage zu unterschiedlichen Aspekten des Lebens, inklusive Ausbildung, berufliche Situation, Sprachkompetenzen dieser Menschen, auch ihre wohn- und familiäre Situation und weitere Aspekte der Integration in Deutschland. Dieses großes Projekt ist in Kooperation zwischen mehreren Institutionen durchgeführt worden. Also es geht nicht nur um Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die ich präsentiere, sondern es gibt weitere Kooperationspartner, zum Beispiel Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und das sozioökonomische Panel am DIW Berlin. Und vielleicht an dieser Stelle kann ich einfach erwähnen, dass morgen wird ein Bericht von DIW erwartet. Mit den neuen Ergebnissen, also wenn man wirklich Interesse hat, kann man ab morgen anfangen, im Internet den Bericht zu suchen. Und in den nächsten Tagen wird auch ein Kurzbericht von IAB zur Arbeitsmarktintegration von ukrainischen Flüchtlingen, jetzt aufgrund von Daten, die Januar bis März gesammelt wurden, auch veröffentlicht. Also bald kommen zwei wichtige Berichte. Zuerst wurden zwei Pilotstudien mit ukrainischen Flüchtlingen durchgeführt, und zwar die erste Welle im August, Oktober im letzten Jahr und die zweite Welle jetzt Januar, März 2023. Ich habe jetzt die Ergebnisse von der ersten Welle und wie gesagt, die Ergebnisse von der zweiten kommen wirklich sehr, sehr bald, innerhalb von ein paar Tagen. Die Zielgruppe waren die ukrainischen Staatsangehörige, die nach dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine nach Deutschland zugezogen sind und, ja, Altersgruppe 18 bis 70 Jahre. Es geht wirklich um sehr große Umfragen, einfach um ein paar Zahlen zu nennen. In der ersten Welle wurden über 11.700 Personen befragt und in der zweiten Welle über 6.800 Personen. Die Befragung fand in ukrainischer oder russischer Sprache online und optional auch mit schriftlichem Fragebogen statt. Und jetzt ein Teil dieser Befragten wird in der Studie Leben in Deutschland weiter befragt. So, das bedeutet, es wird weiter, weitere Wellen durchgeführt und man sammelt die Informationen einfach über Jahre und sieht, wie die Integration von diesen Menschen stattfindet. Zuerst kann man ja anschauen, woher die ukrainischen Geflüchteten zu uns kommen. Hier sieht man auf der Karte der Ukraine, aus welchen Regionen die Menschen zugezogen sind. Die meisten sind auch, also die meisten sind aus Regionen Harkiv und Donetsk sowie die Stadt Kiew zugezogen. Zugezogen, ja, am meisten betroffene Regionen, aber auch dann aus Zentralukraine, aus Westukraine, Südukraine. Und es geht um eine spezifische Gruppe. Vor allem die Geflüchteten sind meistens die Frauen, also etwa 80 Prozent der zugezogenen Personen sind Frauen und zwar sehr oft mit Kindern und, was auch interessant ist, sehr großer Anteil sind hochqualifizierte Frauen. Also über 70 Prozent haben universitären Abschluss. Also es geht wirklich um eine spezifische Gruppe. Eine der zentralen Fragen dieser Studie war, was wirklich diese Personen brauchen, also was sind die Bedürfnisse und man hat gefragt, was sind ihre Unterstützungsbedarfe und Nummer eins war Deutsch lernen. Also Sprachkompetenzen sind wirklich zentral und damit die Integration erfolgreich stattfindet, braucht man natürlich die Sprache des Landes. Und ja, hier gab es also fast 50 Prozent aller Zugezogenen aus der Ukraine haben gemeint, dass sie wirklich Unterstützung im Bereich Deutsch lernen brauchen. Wir können darüber auch später in der Diskussionsrunde sprechen. Also dieser Bedarf ist akut, auch jetzt und auch zentral für Arbeitsmarktintegration. Arbeitsaspirationen in der Gruppe sind auch sehr hoch. Also die Leute wollen wirklich arbeiten und bei der Arbeitssuche gibt es auch einen hohen Anteil der Personen, die Unterstützung kriegen würden. Dann medizinische Versorgung, Wohnungssuche und Anerkennung von Abschlüssen sind auch wichtig. Manche Personen haben angegeben, das finanzielle Absicherung und Behördengänge, da bräuchten sie Unterstützung. Und dann Suche nach Bildungsmöglichkeiten, Kinderbetreuung und Rechtsberatung bezüglich Aufenthaltstitel. Das sind die wichtigsten Bedürfnisse, die genannt wurden. Dann zu Deutschkenntnisse soll man sagen, dass insgesamt Flüchtlinge sind ein bisschen oder viel mehr benachteiligt als normale Arbeitsmigranten, weil sie nicht genug Zeit hatten, um für die Ausreise oder für die Migration sich vorbereiten zu können. Als die Daten gesammelt wurden, wurde es klar, dass nur vier Prozent der Personen gut Deutsch gesprochen haben, bevor sie nach Deutschland gekommen sind. Also die meisten haben keine Deutschkenntnisse gehabt. Manche haben angegeben, dass sie Mitteldeutsch verstehen und sprechen können. Nach Altersgruppen sieht man, dass die jüngste Gruppe hat am meisten Deutschkenntnisse und auch, dass diejenigen, die besser Deutsch sprechen, haben natürlich höhere Chancen, erwerbstätig zu sein. Man schaut auch auf den Verlauf, also wie lange die Menschen in Deutschland aufgehalten sind und ob sie Deutschkurs Platz bekommen haben, ob sie schon an einem Deutschkurs teilnehmen und in dieser Grafik sieht man, dass diese Raten steigen über die Zeit und es gibt auch einen gewissen Zusammenhang zwischen Bleibeabsichten und Deutschkurs Teilnahme. Diejenigen, die in Deutschland langfristig bleiben möchten, sind auch öfter in Deutschkursen zu sehen. Erwerbstätigkeit in den ersten Monaten war relativ gering, würde man sagen, obwohl vergleichbar mit ähnlichen Situationen, also ich meine Flüchtlinge und ohne Sprachkenntnisse, also würde ich auch nicht mehr erwarten. man sieht aber die Tendenz, dass über Zeit, je besser man Deutsch lernt, desto mehr Chancen es gibt für die Erwerbstätigkeit und die Absichten, also die Leute wollen wirklich arbeiten, es gibt sehr hohe Arbeitsaspirationen, deshalb es gibt auch ein hohes Potenzial, dass sehr viele Flüchtlinge dann später auch arbeiten werden. Und vielleicht die letzte Folie zu Ergebnissen, es gab auch viele Fragen über Wohlbefinden und vor allem Wohlbefinden von den Kindern. Man hat gefragt, ob die Kinder in der letzten Woche ängstlich oder einsam oder hatten keine Lust. Also wie haben die Kinder sich gefühlt oder umgekehrt haben viel gelacht und Spaß gehabt. Man sieht zwar, dass die Situation nicht zu katastrophal ist, aber im Vergleich zu deutschen Kindern haben die ukrainischen Flüchtlingskinder niedrigeren Wohlbefinden. Also das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Ja, das sind die Daten, die ich heute vorstellen wollte und ich bin bereit, dann die Fragen zu beantworten. Herzlichen Dank, Sinja. Superspannend. Ich würde jetzt gerne Claudia übergeben für die Anmoderation unseres zweiten Impulses. Tausend Dank, Sinja. Vielen Dank. Ja, willkommen zum zweiten Impuls und zwar Werner Hülsmann aus dem Landkreis Osnabrück, der schon langjähriger Integrationsbeauftragte und das Interessante fanden wir neben den großen Umfragen, wie sie jetzt eben vorgestellt wurde, von Sinja Gatzkova, dass eben auch eine Kommune selber überlegen kann, wie kommen wir an die Daten der Menschen, die bei uns leben, denn wir wissen, jede Kommune ist anders, deshalb fanden wir das sehr interessanten Ansatz, der Landkreis Osnabrück hat genau das auf den Weg gebracht und deshalb lieber Werner, bin ich gespannt, was ihr euch dabei gedacht habt. Ja, wir hatten die Ergebnisse von dieser Befragung, die uns gerade vorgestellt wurde, vielen Dank, Frau Gatzkova, die hatten wir vorliegen und wir hatten vorher schon die Idee, wir könnten die mal befragen, unsere Ukrainerin. Wir haben gut 4000 Ukrainerinnen und Ukrainer im Landkreis Osnabrück, haben dann gesagt, okay, wir möchten gerne wissen, was die dann so denken und haben die, haben uns dann auch entschieden, eine Vollerhebung bei allen Erwachsenen zu machen. Das heißt, wir haben 2800 Briefe rausgeschickt mit einem QR-Code, um diese Umfrage, die auf ukrainisch und auf deutsch angeboten wurde, dann zu bewerben. Wir haben einen Rücklauf von etwa 420 auswertbaren Antworten, etwa 600 haben sich insgesamt angeguckt, aber sehr viele haben schon nach den ersten Fragen aufgegeben oder haben dann nach einem Blick darauf das wieder zugemacht. Magst du Ihnen einmal in die Fragen reinschauen? Uns ging es neben der Informationen über diese Gruppe ging es uns auch darum, eine Botschaft in diese Gruppe reinzugeben, nämlich uns interessiert, wie es euch geht, was ihr denkt, wie eure Perspektiven sind. Denn die politische Debatte über zwei Wege oder einen Weg oder den Switch vom Asylsystem in den Arbeitsmarkt oder dergleichen ist, glaube ich, vor allem eine theoretische, wenn das nämlich mit dem Switchen in die Arbeitswelt hinein klappt, ist es häufig auch kein Problem, das aufenthaltsrechtlich zu regeln. Insofern denke ich, dass wir hier, und da bin ich bei den Vorrednern, wir müssen da rechtzeitig auch Weißen stellen, denn es geht auch darum, Perspektiven aufzubauen. wenn jemand hier eine Ausbildung beginnt, wenn jemand hier ein Arbeitsverhältnis mit Perspektive aufbaut, wenn Kinder hier eingeschult werden, dann haben die Menschen schon das Bedürfnis zu wissen, ist das jetzt für eine kurze Zeit oder ist das für länger. Hattest du die... Ich bin in der Teilung, sieht man das oder nicht? Ich sehe es im Moment. Ja, man sieht das. Bildschirm ist geteilt. Man sieht jetzt den Anfang. Ja, ich habe hier ein Ergebnisblatt, also die erste Frage ist, mit wem sind sie eingereist und ein weit überwiegender Teil, in Mannstrich geht bis 300, ist mit der Familie eingereist. Die Menschen wohnen vorwiegend in einer Mietwohnung, also nicht in Gemeinschaftsunterkünften sind. sehr zufrieden oder eher zufrieden, zum weit überwiegenden Teil mit ihrer hohen Situation. Lebensunterhalt kommt vom Jobcenter oder von der Gemeinde, allerdings auch über 50 Menschen, die sozialversicherungspflichtig arbeiten, also ein Askel. Viele arbeiten Vollzeit oder Teilzeit, aber meistens ganz anders als in der Ukraine. Viele besuchen einen Deutschkurs, ganz wenige studieren noch in der Ukraine und es sind knapp 100, die einen BAMF Integrationskurs besuchen, dann etwas weniger, die einen vom Jobcenter beförderten Deutschkurs besuchen oder dann etwa 50, die noch einen anderen Deutschkurs besuchen, das heißt auch die kommunalen Angebote, die wir machen, sind durchaus erforderlich. Wir haben aber mehr als ein Viertel derjenigen, die angegeben haben, besuchen keinen Deutschkurs, ich möchte aber Deutsch lernen. Das heißt, da ist ein großes Desiderat. Wir haben eine grandiose Rückmeldung, was eben die Zupriedenheit mit der Aufnahme in Deutschland angeht, das sind über 90%, die sehr zufrieden oder eher zufrieden sind. Und das betrifft eigentlich auch die Unterstützung durch die verschiedenen Gruppen, durch ehrenamtliche Sportvereine, Millionsgemeinschaften, durch die Schulen oder Kindergarten. Das sind allerdings dann auch Hinweise darauf, dass man vielleicht über die repräsentativität noch mal nachdenken muss. Hier ist natürlich zu fürchten, dass ein positiver Bias vorliegt, dass die Leute nur geantwortet haben, wenn sie insgesamt positive Rückmeldung geben wollten. Gute Behördenerfahrung haben etwa drei Viertel Menschen gemacht und die Bleibeperspektive ist sehr hoch. Es sind ungefähr 65 bis 70 Prozent, die auf jeden Fall oder eher in Deutschland bleiben möchten. Wir haben weit überwiegend weibliche Teilnehmer, Hauptaltersgruppe ist 28 bis 45 Jahre und wir haben wiederum etwa 80 Prozent mit entweder einer Berufsausbildung oder mit einer akademischen Ausbildung. Das sind die ersten Rohdaten. Deshalb würde ich auch noch keine Grafiken weitergeben wollen, weil mir einmal das mit der Repräsentativität nicht ganz geheuer ist und das Zweite ist, dass ich da auch noch ein paar Korrelationen herstellen möchte, um einfach zu sagen, wie hängt das zusammen, Ausbildung, Arbeitsplatz, Bleibeperspektive zum Beispiel das Ankommen der Kinder in der Schule und der Gleiche. Da würde ich gerne die Wahrheit gucken. So viel dazu. Ja, vielen Dank. Ich mache mal die Bildführmsteilung wieder aus, damit man sich sieht und genau, einen digitalen Applaus. Vielen Dank, lieber Werner. Ich finde das sehr spannend und es deckt sich ja auch vieles mit dem, was wir vorhin gehört haben von der großen Umfrage. Ich habe noch eine Nachfrage. Wie habt ihr die Leute erreicht? Wie habt ihr die Umfrage verteilt? sagtest online auch, damit ihr auch die zurückgezogenen oder die pendelnden Zugsuchenden erreicht, aber wie habt ihr das insgesamt verteilt? Wir haben tatsächlich alle Gemeldeten aus dem Ausländer Zentralregister beziehungsweise aus unserem System Ladiwa verwendet. Wir haben alle Erwachsenen rausgefiltert und direkt angeschrieben. Und in dem Schreiben war ein QR-Code, das heißt, wir haben tatsächlich Papierbrie verschickt, weil die E-Mails nicht standardmäßig in dem System abgelegt sind. Ein Nebeneffekt ist, dass wir über 250 Rückläufer bekommen haben. Das heißt, Menschen, die schätzungsweise zu einem Zero-Prozentsatz gar nicht mehr da sind, die zurückgegangen sind in die Ukraine. Ach so, nicht antworten, sondern einfach leer, also Rückläufe von nicht angekommenen Briefen. Also wirklich mit dem uralten Mittel, der Briefpost, haben wir da tatsächlich auch nochmal Daten gewinnen können. Das wird jetzt bei uns in verschiedenen Abteilungen ausgewertet. Wir werden Listen zusammenstellen und die an unsere Kommunen weiter schicken mit der Bitte, zu überprüfen ob dort eben Abmeldungen vorliegen, ob das dann von Amts wegen gemacht werden muss. Da haben wir durchaus überlegt, ob wir das machen, weil das natürlich ein hoher Aufwand ist. Auf der anderen Seite ist ein gepflichtes Einwohnermelderegister durchaus auch etwas wert. Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Also schon allein deshalb ist es ja ein wichtiges Ergebnis zu wissen, dass doch schon fast ein Drittel der Leute, die ihr angeschrieben habt, gar nicht mehr ist. Ne, ein Drittel nicht. 2800 haben wir eigentlich und 250 das ist ein Zehntel. Achso, Entschuldigung, ein Zehntel. ein Zehntel, aber ich finde, das ist auch eine nennenswerte Summe und unsere Zahlen, die intern vorliegen und im Ausländersystem dann auch von unserem Jobcenter, da gab es eine hohe Unsicherheit. Zum Beispiel da fehlt ein bisschen Delta zwischen den Gemeldeten und denjenigen, die Sozialleistungen beziehen. Kann das sein, dass die alle in Arbeit sind? Ich würde das nicht ausschließen wollen, dass ein Großteil tatsächlich in Arbeit ist. Und ein anderer Teil wird gar nicht mehr da sein und insofern diese Diskrepanz machen, weil das jetzt eben ebenfalls bereinigt werden muss. Und das sorgt eben auch für eine bessere Datengrundlage insgesamt. Wenn wir hier diese Aktion, die nicht ganz unaufwendig war, durchgeführt haben. Also es hat doch einen erheblichen Teil meiner Arbeitskraft in den letzten Monaten beschäftigt. Ja, vorstellend. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielleicht war es noch so ein Eindruck, der auch bei mir nachzinkt oder worüber ich nachdenke, das war auch ein, was ja Xenia am Ende auch nochmal dargestellt hat, das Wohlbefinden der Kinder und darüber nachzudenken, wie erfassen wir eigentlich auch Informationen und die Bedarfe von Kindern, insbesondere jetzt in Bezug auf die Ukraine, aber auch von anderen schutzbedürftigen Gruppen, die vielleicht auch nicht so zugänglich sind, die wir auch mit den Umfragen, auch wie Werner Hülsmann jetzt vorgestellt hat, so direkt erreichen. Ich denke jetzt in Bezug auf die Ukraine auch nochmal an Senioren, die ja auch oft gekommen sind, Menschen mit Beeinträchtigung. Also wie schaffen wir auch wirklich diese Personen, denen eine Stimme zu geben und dann eben zu hören, aber auch danach in die Umsetzung zu kommen und zu gucken, welche Angebote brauchen genau diese Personen auch. Das ist irgendwie sowas, was ich noch so mitnehme und worüber ich nachdenke. Ich fand die Runde total spannend heute und genau, es war jetzt ein Beispiel für das Thema der Geflüchteten aus der Ukraine, aber das betrifft natürlich auch alle Gruppen, die zu uns neu kommen. Wie finden wir oder wie erfahren wir, was eigentlich die Bedarfe sind und dann auch unsere Angebote bestmöglich anzupassen? Vielen Dank. Ich übergebe an Claudia, was hat dich beschäftigt? Ja, ich schließe mich den beiden Punkten an, das finde ich sehr wichtig und das streicht die Bedeutung der Daten und ergänzend fand ich diesen Punkt nochmal interessant, dass es auch helfen kann, um gegen Stimmungsmache zu argumentieren und die Diskussion zu versachlichen, also schöner Begriff, den Geflüchteten eine Stimme zu geben. Wichtig fand ich noch, sich zu überlegen, wie gut man gut an die Leute auch drankommt und da auch mit den Migrantenorganisationen vielleicht zusammenzuarbeiten. Also ich merke, wir könnten auch viel weiter diskutieren, ganz wichtiger Punkt, aber jetzt müssen wir aufhören und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich einmal bei den beiden Referenten, Xenia Gaskowa vom IAB und Werner Hülsmann vom Landkreis Osnabrück. Ich danke mich sehr bei Katalin Hartwig, Robert Peter für die immer gute Zusammenarbeit, super Zusammenarbeit und der Welcome Alliance. Schauen Sie da einfach mal vorbei und bei Tina Neumann für die technische Unterstützung. Jetzt erst mal, genau, guten Nachmittag, guten Mittag und wir sehen uns erst wieder im August und bis dahin eine schöne Sommerpause. Jetzt muss ich mal gucken, an welchen Tag das ist der 22. August, richtig? Also wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind am 22. August. Alles gut, tat, tschüss. tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020